Warum hast du dich dazu entschieden, nochmal dich mit Mama Eier einzulassen damals? Ganz einfach, also 2019, als ich es zum ersten Mal gemacht habe. Ich habe, glaube ich, nie härter gearbeitet als die sechs Monate nach meiner ersten Ayahuasca-Zeremonie. Was passiert, wenn ein Business-Coach Ayahuasca trinkt? Dieser Frage gehen wir heute mit Max Tornow auf den Grund. Er ist bereits zum dritten Mal hier auf dem Podcast und mittlerweile auch ein guter Freund von mir geworden. Und vor ein paar Monaten haben wir zusammen in Ibiza drei Nächte lang Ayahuasca getrunken. Und was das mit ihm gemacht hat, das erfährst du heute. Und unter anderem sprechen wir auch ein bisschen über den Lifestyle von Max, den er jetzt schon seit über zehn Jahren lebt, auf der ganzen Welt zu Hause zu sein und sein Business auch wirklich erfolgreich zu skalieren und trotzdem aber auch mit Rückschlägen zurecht zu kommen. Er hatte vor ein paar Jahren noch ein Office mit seinen Mitarbeitern in der Ukraine. Und ist dann glücklicherweise kurz vor dem Krieg auch noch rausgekommen. Und auch hier gehen wir so ein bisschen in die Story rein, wie das Ganze abgelaufen ist, wie er auch seinem Team geholfen hat, den Exit noch zu schaffen und sprechen auch über seine persönlichen Themen, wie er zum Thema Geld steht, wie er sich seinen Tag gestaltet. Und natürlich auch profitieren wir ein bisschen von seinem ganzen Marketingwissen und hören mal rein, was sich in der Branche so maßgeblich verändert hat die letzten Jahre. Das ist ein sehr schönes Gespräch geworden, welches wir auch offline aufgezeichnet haben. Das heißt, du findest das komplette Video auch auf YouTube. Und schau auf jeden Fall auch gerne mal dort vorbei und abonniere diesen Podcast, falls du es noch nicht gemacht hast. Und jetzt wünsche ich viel Spass, viele Learnings und gute Unterhaltung mit Max Tornow. Also das letzte Gespräch, das hatten wir im August 2020 in der Corona-Pandemie. Da bist du nach Zürich gekommen, hast dich da irgendwie reingescammt. Wir waren, glaube ich, wenige der ganzen Leute, die da noch so ziemlich weitergemacht haben mit allem. Haben auch ein bisschen Hate dafür kassiert. Mittlerweile sind die Leute, die sich nicht geimpft haben, die haben so ein Zertifikat gekriegt, sich nicht da einlullen zu lassen. Certified, Mann. Mittlerweile sind Leute, die sich geimpft haben, die sagen so, nee, nee, ich habe mich nicht geimpft. Das ist ziemlich spannend, wie sich das alles verändert hat. Aber anyway, wo ich eigentlich anfangen will, ist, du hast in der Zeit, ist ja noch viel anderes passiert jetzt. Und zwar hast du da gerade dein Team hochgescaled. Du hattest 20 Leute am Start, Ukraine. Hast du mir erzählt, wie du gerade das erste Mal die 500k geknackt hast. Und jetzt ist die Ukraine ja voll an einem anderen Ort. Und deswegen würde ich super gerne mit dieser Frage rein starten, so hey, wie hat es sich eigentlich angefühlt, aus der Ukraine zu flüchten und was ist da auch alles so passiert in deinem Business seither? Es war mega komisch, vor allem so als Österreicher. Du kennst das Gefühl vielleicht auch aus der Schweiz, also, oh, wir sind ja eh neutral. Sowas wird bei uns nie passieren. Und du wachst halt auf mit Krieg hier, Krieg da. Aber bei uns wird das nie hinkommen. Also Krieg im Nahen Osten, Krieg irgendwo, weißt du? Und ich habe dann halt in Kiew gelebt, was auch meine Heimat ist. Also es ist jetzt definitiv nicht, wo ich herkomme, aber ich habe da seit 2018 meine Heimat, meine Wohnung. Und plötzlich irgendwie zu sehen, hey, jetzt ist der Krieg vor deiner Haustüre. Dieses, oh, okay, das ist nicht weit weg, das ist jetzt hier. Und ich bin nicht nur irgendwie durch die Nachrichten damit betroffen, sondern auch direkt. Und ich kenne auch Leute, die noch viel direkter betroffen worden sind. Und das war eines der Gefühle, das sehr verwirrend war und auch sehr erschreckend. Auf der anderen Seite, was auch noch dazukommt, war der Survivors Bias, Survivors Guilt. Weil ich hatte das Glück, dass ich war vier Tage vor der Invasion noch in Kiew und da haben mich auch mega viele Leute halt kritisiert, weil mich haben halt voll viele Leute angeschrieben, so hey, was geht da ab, hau ab und so weiter und so fort. Aber, und das muss ich auch sagen, das gab es in Kiew, in der Ukraine immer, immer wieder irgendwelche News, so hier das passiert und Putin hat das gesagt. Und in der Ukraine selber hat eigentlich niemand geglaubt, dass da wirklich eine Invasion passieren würde. Also die Ukrainer sind sowieso sehr chillig und die haben alle gesagt, es passiert doch nichts, das ist doch kompletter Scheiß und das wird von den westlichen Medien halt hochgezogen. Vor allem nach Corona haben sowieso keiner mehr den Medien irgendwas abgekauft. Ich habe damals aber trotzdem meinem Team gesagt, hey Leute, einige von euch sind ein bisschen mehr, verängstle ich dadurch einige von euch weniger. Überhaupt kein Problem. Wir arbeiten sowieso alle online. Wir haben zwar ein Office dort, aber wenn ihr abhauen möchtet, einfach mal ein paar Monate raus, das auszusitzen, überhaupt kein Problem von meiner Seite. Holt euch einen Flug, wann ihr möchtet, ihr arbeitet einfach online. Von mir aus müsst ihr euch keinen Druck fühlen. Es sind auch einige abgehauen, schon davor, schon Monate davor. Also wir haben auch einige Leute, drei, vier, fünf Monate davor, die haben schon gesagt, wir sind mir zu heiß, ich hau mal ab, überhaupt kein Problem gewesen. Aber auch viele haben gesagt, ich möchte bleiben. Für mich war es wichtig, auf der einen Seite, meinen Mitarbeitern die Freiheit zu geben, dass sie weggehen können, wenn sie wollen, dass sie da keinen Druck spüren. Aber auf der anderen Seite auch jetzt nicht Angst, in mein Team einzuflößen. Weil stell dir das vor, du bist halt quasi der Anführer, der Teamleiter, der CEO und sagst so, Leute, die kommen jetzt, wir müssen, weißt du. Das ist halt auch mega scheiße, wenn du diese Angst in dein Team reinflößen lässt. Deswegen habe ich mich eben für die Mitte entschieden, habe gesagt, die Möglichkeit ist offen, ich respektiere das, niemand wird sich über euch lustig machen oder so. Aber auf der gleichen Seite, ich selber bin noch hier und ich mache mir keine Sorgen. Und dann, vier Tage vor der Invasion, wir waren noch nice essen, wir hatten sogar Freunde noch am Start, die uns in Ausland besucht haben. Und ich sehe auf mein App, auf meinem Wetter-App, checke ich das Wetter in Österreich aus, in meinem Heimatdorf in Bad Aussee und sehe, dass halt die nächsten fünf, sechs Tage halt Neuschnee angesagt worden ist. Und für mich im Winter ist das immer, yo, sofort zurück nach Österreich und Snowboarden gehen, den Neuschnee erwischen. Und ich habe dann komplett spontan entschieden, so hey, lass morgen früh nach Österreich fliegen. Alles klar, passt. Ich habe dann meine Kamera mal mitgenommen, wir sind um neun, zehn Uhr morgens mit dem Flieger, ich habe zwei, drei T-Shirts mitgenommen, eine Hose, nicht mal eine Jacke und wir fliegen jetzt nach Österreich, wir fliegen nach Österreich, wir gehen Skifahren am ersten Tag, am zweiten Tag, am dritten Tag wache ich auf, so 170 WhatsApp-Nachrichten, denke ich mir so, hä, ist das ein Bug? Und schaue halt so rein und irgendwelche Freunde, die mit denen ich schon seit ein Jahr keinen Kontakt mehr habe, haben mich angeschrieben, so hey, was geht ab? Ex-Freundinnen und so, hä? Und dann schaue ich irgendwie so irgendwo auf Instagram, auf die News irgendwo und das Erste, was ich sehe, ist mein Gebäude, wo meine Wohnung drin ist, in den Nachrichten, wo halt so russische Helikopter rumfliegen und ich denke mir so, okay, es ist wirklich passiert, da werde ich lange Zeit nicht mehr zurückkommen. Ja, das ist spannend, man, weil ich kann mich erinnern, ich habe bei dir die Storys gesehen und du bist jemand wie ich, würde ich jetzt mal sagen, du bist bei Social Media ja auch sehr auf dein Business fokussiert und auf Positionierung und ich bin jetzt zum Beispiel jemand, ich habe auch in der Corona-Zeit jetzt nicht irgendwie da versucht, überall eine Meinung zu haben und auch bei dem Krieg jetzt nicht, aber als ich dann gesehen habe, dass du ja auch persönlich betroffen warst, hast du das erste Mal auch wirklich ganz emotional auch Sachen geschrieben, im Sinne von, hey Leute, das ist real und so. Wie würdest du im Allgemeinen das jetzt sehen? Also war das damals, jetzt machst du es ja nicht mehr, also jetzt äußerst du dich ja nicht mehr dazu. Wie findest du das im Allgemeinen, so diese Balance zu haben? Auf der einen Seite eben so eine Integrität, sich auch so positionieren, aber auf der anderen Seite auch sich zu fragen, so hey, will ich mich überhaupt in etwas einmischen, was mich gar nicht direkt oder eben auch indirekt betrifft? Das ist immer nur die Frage, wie man es halt sieht. Ja, vor allem, du hast das gut angesprochen, will ich mich wo einmischen, was mich nicht direkt betrifft? Vor allem war das bei mir immer so, will ich mich wo einmischen, wovon ich eigentlich gar keine Ahnung habe. Ich habe keine Ahnung politisch gesehen und deswegen, ich habe auch, als ich mich dann damals sehr geäußert habe und sehr viel gepostet habe, habe ich nie irgendwie geschrieben, so ja, die bösen Russen, die bösen Russen und dies, das und Putin und so weiter. Worauf ich mich eigentlich fokussiert habe, ist aufs Menschliche, weil viele Leute haben mich gefragt, haben mich eben gefragt, wo bist du Max? Wie geht es dir? Wie geht es deinem Team? Und dann habe ich an der einen Seite diese Berufung empfunden, diese Pflicht empfunden, dass ich die Leute informiere, dass es mir gut geht und dass es meinem Team gut geht. Weil auch sehr viele Kunden von mir, die kennen ja mein Team, weil das Coaching-Team, hey, wie geht es, Coach so und so, hey, ist Coach so und so eh noch rausgekommen? Also da habe ich an einerseits die Pflicht zu informieren gefunden, empfunden und dann, was ich dann auch gemerkt habe, mich haben da mega viele Leute angeschrieben und haben gesagt, hey, ich lebe in Polen, hey, ich lebe an der ukrainischen Grenze, ich habe ein Bett frei, ich habe ein Zimmer frei, ich habe ein Haus frei. Kannst du da irgendwas machen, Max? Du hast eine große Brand, du kennst viele Ukrainer. Und da habe ich dann gemerkt, okay, geil, weil ich auch diesen Survivors Guild hatte, weil ich habe es zufällig rausgeschafft. Zufällig, weil ich fucking snowboarden gehen wollte. Und danach hat es niemand mehr rausgeschafft. Und mein Team, also die Leute, die noch bleiben wollten, die waren noch dort. Oh shit. Und die mussten eben teilweise über 48 Stunden lang flüchten. Also laufen oder was? Ja, also alles Mögliche. Also wir haben dann, wir haben einen Gruppenchat in WhatsApp gehabt und das war halt richtig krass, dort halt zu sehen, so quasi, meine Assistentin, die ist Ukrainerin, die hat quasi die Stille gebrochen und hat dann um 5 Uhr morgens, nachdem die Sirenen losgegangen sind, reingeschrieben, hey Leute, wir sind jetzt, die Invasion findet statt. Und dann der erste Mitarbeiter noch so, so, oh cool, sollte ich besser mal zum Flughafen gehen? Und meine Assistentin so, der Flughafen ist zu, da gehen keine Flüge mehr. Oh, okay, kein Problem, wir nehmen den Zug. Yo, der Zug ist bombardiert worden, da geht nichts mehr. Oh, und dann merkst du halt, so wie die Leute dann so anfangen, so okay shit, was machen wir? Und wie gesagt, ich möchte da nochmal hervorheben. Ich habe meinen Mitarbeitern dann gesagt, hey, wenn ihr abhauen wollt, bitte geht, das ist überhaupt kein Problem. Und viele sind dann teilweise am Tag davor noch abgehauen, zufällig. Die haben zufällig noch den letzten Flug erwischt. Aber die anderen wollten halt eben bleiben. Also hat man das schon gespürt, dass es jetzt dieses Mal kein, also ein bisschen, wie gesagt, das gab es immer in der Ukraine. Das gab es immer. Und manche haben halt gesagt, ja, ich glaube halt nicht, dass was passiert, aber fuck it, ich gehe mal eine Woche nach Italien. Stört eh nicht, weißt du? Und weil es was passiert, dann bin ich halt da. Wie gesagt, und einige mussten dann eben, ich weiß noch, ein Freund, ein österreichischer Freund von mir war auch dort, zufällig. Der hat mich dann angeschrieben, hat gesagt, hey Bro, ich stehe vor deiner Haustür und viele meiner Mitarbeiter sind in derselben, im selben Gebäude, haben im selben Gebäude gewohnt. Und er hat gesagt, so soll ich noch jemanden mitnehmen? Und ich gehe durch die Liste, okay, der und der ist zu Hause, läut mal bei denen an. Dann hat er die quasi aufgegabelt, dann haben die aber noch Cash gebraucht, weil die Bankomaten nicht mehr funktioniert haben. Es hat gar nichts mehr funktioniert und du kannst halt, du musst irgendjemandem irgendein Geld geben, damit er dich zur Grenze bringt. Und meine Assistentin war noch dort, weil sie Ukrainerin war und sie wollte auf Biegen und Brechen nicht raus. 19-jähriges Mädchen, weil ihre Familie dort war, ihr Vater durfte nicht raus. Wobei wir haben auch versucht, ich habe dann angeboten, sie hatten meine Visa-Karte noch, weil meine Assistentin hat immer meine Zahlungsmittel im Stall. Ich habe gesagt, nimm die Visa-Karte, nimm mein ganzes Cash, scheißegal, schmier irgendwelche Leute, wir holen dich und deine Familie raus. Und sie haben dann sogar noch jemanden gefunden, der für 8, 9 K ihren Vater raus hätte schmuggeln können, wollten es dann aber trotzdem nicht. Die Ukrainerin sind sehr stolz, die sind sehr patriotisch, was ich als Österreicher nicht so gut kenne. Aber ich habe es ihnen angeboten und mehr konnte ich nicht machen. Und jedenfalls, sie war noch da, sie hatte meinen Schlüssel. Ich habe meinem Kumpel gesagt, hol meinen Schlüssel. In dieser und dieser Lade, im Schlafzimmer ist mein ganzes Cash. Nimm alles raus, weil ich habe dann einfach in Cash, in Dollar, in Euro, in Grifner halt einfach rumliegen gehabt. Nimm das ganze Cash, zahl irgendeinen Taxifahrer und lass den euch an die Grenze bringen nach Moldawien. Krasser Schnelles. Die haben dann wirklich zwei Tage im Stau, im Auto verbracht und so weiter, sind dann rausgekommen. Was ich so krass fand, meine Freundin hat mir das erzählt, dass ihr Ex-Freund, der war Russe und der war wirklich einen Tag, bevor das losging, ist er noch aus Russland raus und danach haben die alle eingezogen. Also die sind dann zu dir gekommen, haben gesagt, du musst jetzt mitkommen in den fucking Krieg. Das wäre für mich so die Horror-Vorstellung, dass ich so gezwungen werde, jetzt da irgendwann irgendeinen Krieg mitzumachen. Was mich jetzt super interessieren würde, ist, was hat das für dein Business bedeutet? Also jetzt nicht nur auf der sozialen, menschlichen Ebene, sondern auch auf der Zahlen-Ebene, weil eben, ich kann mich nur noch erinnern, diese 500k, das war so ein Benchmark. Jetzt mittlerweile bist du ja wieder an einem sehr guten Ort, aber da ist ja dazwischen sicher auch noch viel passiert für das Business. Ja, also ich habe dann, wie gesagt, auf Social Media, ich habe dann sicher so die ersten zwei, drei Wochen auf Social Media quasi meine Brand ein bisschen dafür benutzt, die Leute zu connecten. Mich haben dann sehr viele Ukrainer angeschrieben, also das fand ich auch irgendwie sehr schön und das war eine schöne Experience in dieser schlechten Experience, war eine schöne Experience, verschachtelt, dass mich haben irgendwelche Leute aus der Ukraine angeschrieben, weil ich halt scheinbar irgendwie, hatte ich es rumgesprochen, hey, dieser Max, der kennt viele Leute, der hat eine Brand, der hat sein Herz in der Ukraine quasi und mich haben viele Leute angeschrieben, so hey, meine Frau hat ein Kind gekriegt, wir haben Neugeborenes, wir sitzen in einem Keller, wir müssen raus, kennst du jemanden? Und ich habe das dann halt gepostet und dann hat mich halt jemand angeschrieben, so hey, mein Freund von einem Freund fährt mit einem Van aus Kiew morgen früh, hat noch Platz und ich habe die Leute dann connected und dafür habe ich meine Brand halt die ersten drei, vier Wochen benutzt, bis dann wirklich quasi dieses Chaos ein bisschen sich gesettelt hat und vom Business selber her haben wir nicht viel gemerkt, witzigerweise, von den Zahlen. Wir haben unser Haupt-Closer, ist mit einem der letzten Flüge nach Rom geflogen, er hat eine ukrainische Freundin und er ist ein sehr ruhiger Typ und die Freundin ist halt die ganzen zwei Wochen davor halt komplett ausgerastet. Wir müssen raus, wir müssen raus, da, da, da. Und sie hat ihn dann so überredet, ich glaube zwei Stunden vor der Invasion mit dem letzten Flieger spätnachts rauszufliegen. Wie gesagt, zufällig, wusste ja keiner, wann das passieren wird. Genau. Und der ist in Rom gesessen und hat weitergeclosed. Ich weiß noch, am Tag der Invasion selber haben wir glaube ich 30k noch geclosed, also das war bei uns Standard und der hat einfach noch weitergeclosed und es war eigentlich witzigerweise einer unserer besseren Monate, glaube ich, in diesem Jahr. Ich habe numbersweise nicht viel mitbekommen. Ich habe halt ein paar von meinen Teammitgliedern, die mussten halt ein paar Tage flüchten und die wussten dann auch nicht, wo sie hinwinden. Genau, ja, ja. Ich habe dann gesagt, okay, es ist wichtig jetzt, dass diese Leute in meinem Team Zugehörigkeit spüren, weil das ist ein dramatisches Erlebnis. Keine Frage. Und da habe ich gesagt, weil die so, ja, ich habe vielleicht eine Tante in Polen und so weiter vielleicht und ich sage, nee, weißt du was, alle kommen jetzt mal nach Wien und ich habe dann drei, vier Airbnbs gemietet im selben Gebäude, mal alle hergeholt, damit sie diese Unity spüren. Und wir sind dann da, zwei Wochen geblieben in Wien, haben weitergearbeitet, haben viel geredet, viel gesprochen darüber, wie fühlst du dich, wie war das für dich, also weil ich wusste, dass diese Kommunikation wichtig ist, dass Leute nicht Gefühle vergraben, ja, gemeinsam essen gegangen und so weiter und so fort und dann stellt sich halt auch die Frage, okay, was machen wir jetzt? Stellen wir uns, bauen wir uns eine neue Base auf irgendwo, wenn ja, wo? Dann haben wir das besprochen, dann wollten wir zuerst nach Serbien, weil einige Leute Serbien schon kannten, das ist auch sehr ähnlich wie Ukraine und dann gab es dort aber diese Pro-Russland-Proteste und dann habe ich gesagt, nee, ich will da nicht meine Mitarbeiter dorthin oder von irgendwelchen pro-russischen Leuten irgendwie angemacht und wir haben uns dann einfach entschieden, naja, probieren wir es halt mal online. Wir machen sowieso alles online und einfach nicht dieses Office zu haben kann auch ganz gut funktionieren und wir haben wirklich seitdem keine Base, alles komplett online, ein paar Strukturen umgebaut natürlich, wir haben sicher mehr Kommunikation als sonst, weil wir natürlich auch checken müssen, was macht denn jemand, wie viele Stunden arbeitet jemand und so weiter, aber es geht besser, wir machen dadurch mehr Geld, weil wir produktiver sind plus und auch von der Business-Seite her, es bindet unsere Mitarbeiter mehr an uns, weil es halt einfach attraktiver ist für einen Mitarbeiter zu sagen so, hey, ich kann bei der Competition arbeiten, da kriege ich gleich viel Geld, aber bei Max Tornow kann ich arbeiten, wo auch immer ich will, da lebe ich selber diesen Chain, das Lifestyle eben und das ist auch wichtig und in diesem Sinne, wir haben dann einfach weitergecrushed und weitergearbeitet und da bin ich auch mega stolz aufs Team, da hat keiner irgendwie gesagt, hey, ich möchte nicht mehr, ich habe denen auch die Freiheit gegeben, hey, wenn es beispielsweise zu stressig wird, ihr könnt gerne ein, zwei Wochen Urlaub nehmen, ich glaube, zwei, drei haben das auch angenommen, aber im Grunde genommen haben wir noch alle im Starten, die haben richtig gecrushed und wir haben einfach weitergemacht. Schön, und das Office, hast du das, wie musstest du das kündigen oder was war denn da los? Witzigerweise, das Office gehört einem Deutschen, den kenne ich sehr gut mittlerweile, bin ich auch ein bisschen befreundet, der lebt in Zypern, den treffe ich jedes Mal, vom Café und wir reden und ich habe den dann halt auch sofort angerufen in der ersten Woche, hey, wie sieht es aus? Wir mussten halt abhauen und dann haben wir gesagt, warten wir mal, mal abwarten, besser nicht, vielleicht dauert es ja nur eine Woche, nach einem Monat dann, okay, habe ich einen Deal vorgeschlagen, ich habe gesagt, schau, pass auf, wir sind nicht mehr drin, wir benutzen es nicht, aber ich kann jetzt auch nicht einfach so sagen, viel Glück, such dir jemand anderen, weil da wird niemand einziehen, dann haben wir einfach gesagt, machen wir 50-50 und dann haben wir das werden wir 50-50 machen und dann hat sich es halt nochmal 3-4 Monate rausgezogen und dann habe ich gesagt, hey, schön langsam, wir sind ganz raus und es war auch komplett Verständnis von ihm. Ja, spannend man, das ist krass, vor allem eben auch so, das nochmal so zu hören, dass du am Ende das auch wieder als Chance genutzt hast irgendwo und jetzt auch total chainless bist, auch mit deinem Team, dass das sich auch wieder mehr Vorteile. wo ich gerne rein würde, ist jetzt in unser vergangenes kleines Retreat, das wir hatten, vor circa ein bisschen mehr als einem Monat waren wir zusammen in Ibiza, haben dort drei Nächte lang Ayahuasca getrunken. Und bevor wir aber vielleicht über diese Woche sprechen, es ist lustig man, ich hatte meine erste Ayahuasca Experience 2017, die hat aber überhaupt nicht reingekickt, das ist gar nichts passiert, außer dass ich mir die ganze Nacht einfach nur gekotzt habe, aber nichts gespürt habe und danach war ich so auch komplett durch mit Ayahuasca, also ich hatte danach mit Mushrooms mein Spiritual Awakening, aber so richtig so warm geworden bin ich nicht und ich habe mich dann für Rhythmia committed, das war 2020 und ich habe mich dann und habe mir, bevor ich zum Rhythmia geflogen bin, noch ein Video von dir angeguckt, ein Ayahuasca Video, was ich jetzt aber nicht mehr gefunden habe. Würde mich mal interessieren, was war der Grund, dass du das Video runtergenommen hast? Weil ich fand, jetzt so, als ich zurückdenke, das war eins deiner besten Videos, für meinen Geschmack. Geil. Das war einfach am alten Kanal, das war auf dem Dating-Kanal von meinem ersten Business noch, den haben wir, glaube ich, auf 300.000 Subscriber hochgezogen und dann, als ich ausgestiegen bin, haben wir halt einfach alle Videos runtergenommen. Okay, das hast du keinen spezifischen Grund. Nee, wir haben es gemerkt, als wir es hochgeladen haben, dass es sehr zwiespaltig war, also manche haben es mega gefeiert und die andere Seite waren so richtig viele Hippies sind dann plötzlich an meine Brand gekommen, die alle mega broke waren. Das war mega funny. Ayahuasca is for broke people. Ja, 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 aber das könnte man echt meinen, also das ist ja auch so die Angst von vielen, also ich habe dieses Metanoia, so hieß es ja, habe ich ja zum ersten Mal organisiert, auch als Test und du warst einer der Ersten, der direkt gesagt hat, ich bin dabei. No shit. Ohne, ohne gefragt, du hast noch nicht mal das Pitch Deck gekriegt, du hast schon gesagt, let's go. Und das war natürlich auch schön für mich zu sehen, dass da schon dieser Trust bestanden ist und bei den meisten war es aber so, die da waren, so die sind einfach gekommen, weil sie einfach wussten, das ist der Real Deal, so ich mache nicht halbe Sachen. Ja. Und trotzdem gab es aber so ein paar, die Bock gehabt hätten, aber die haben dann auch so dieses Gefühl gehabt, so nee Mann, wenn ich jetzt Ayahuasca mache, dann bin ich danach so ein Broke Typ, so einer, der alles aufgibt. Das ist ja diese Klischee-Geschichte. Richtig, richtig. Oh, der hat Ayahuasca gemacht und danach hat er alles verkauft. Ja. Ist nach Costa Rica ausgewandelt. Deswegen meine Frage an dich, warum hast du dich dazu entschieden, nochmal dich mit Mama-Eier einzulassen damals? Ganz einfach, also 2019, als ich es zum ersten Mal gemacht habe, ich habe, glaube ich, nie härter gearbeitet, als die sechs Monate nach meiner ersten Ayahuasca-Zeremonie. Bei mir war es komplett, ich hatte auch eben diesen Gedanken, so oh nein, da werde ich zum Hippie und so weiter und so fort. Meine Business-Partner damals auch, Shout-out zu den Bauligs, die so, ja, what the fuck, du bist zum Hippie, weißt du? Aber ich habe irgendwie schon so drauf getrusted und witzigerweise, bei meiner ersten Ceremony habe ich spezifisch meine Gedanken zum Business hingelenkt. Und witzigerweise, was ich gesehen habe, damals, ich habe meine damaligen Partner gesehen, Markus und Andreas, und ich habe eine weiße Stadt aus Elfenbein gesehen. Und diese Stadt war so in construction. Die wurde gerade aufgebaut, da gab es halt Kräne und die halbfertige Skyscraper. Und mir ist so quasi gesagt worden so, du könntest diese Stadt aufbauen, aber du hast in den letzten Monaten dich zu viel abgelenkt. Du warst auf irgendwelchen Dates mit irgendwelchen Frauen, du hast die ganze Zeit irgendwelche Partys geschmissen. Hier ist deine Stadt aus Elfenbein. Warum baust du die nicht auf? Und das war so ein Awakening-Moment. Das war eigentlich einer meiner stärksten Lektionen von der ersten Ceremony damals. Und ich habe dann die sechs Monate danach einfach jeden Tag durchgegrindet. Das war richtig nice. Und witzigerweise auch jetzt, nach dem Metanoia, auch wieder. Ich habe es dir eh erzählt, nur am Grinden, am Grinden. Also als Business, als jemand, der schon viele Business aufgebaut hat für sich selber und für seine Kunden, es hilft mir, ein bisschen so zu streamlinen, sozusagen so, hey, vergiss nicht, was eigentlich deine Mission ist. diese ganzen shiny Objects hier, die Frauen, der Urlaub, die coolen Dinge, wo du irgendwie cool aussiehst, die Autos, die Uhren, alles schön und gut, aber yo, vergiss nicht, hier, hier, hier bist du, hier kannst du was aufbauen, hier kannst du was bewirken. Und deswegen, vor allem als du mich dann gefragt hast, ey, wir machen diesen Ayahuasca-Ding, ich wollte es sowieso öfter machen, ich wollte es sowieso schon wieder machen und ich habe aber nie so, du kennst das vielleicht, der Moment war nie perfekt und dann, ja, vielleicht im November, ah, jetzt habe ich aber doch viel zu tun und ich wusste, wenn du mich, als du mich angeschrieben oder angerufen hast, A, dass das was Geiles wird, weil ich weiß, wenn du dahinter bist, kann es nur geil werden und auch B, dass es einfach ein bisschen so ein Zeichen vom Universe ist, so hey, sag da jetzt einfach zu, auch wenn es nicht perfekt ist und witzigerweise, es war auch nicht perfekt. Es gab dann irgendwie Stress wieder davor und ich habe auch wieder mit dem Gedanken gespielt, vielleicht einfach anrufen und sagen, kann nicht, weißt du, so ja, whatever, aber ich habe dann gedacht, nee Mann, sei jetzt keine Pussy, mach das wieder, es wird dir gut tun, es wird wichtig sein. Und was ist so in diesen Nächten passiert? Also sagen wir jetzt mal, da ist vielleicht ein Andreas Baulig oder ein Markus Baulig, der jetzt das hört und denkt so, irgendwie schon interessant, aber was passiert denn da eigentlich jetzt genau? Weil ich höre immer nur von Leuten, die sich abkotzen, die sich einscheißen, die danach eben irgendwie zu komplett durchdrehen und wir haben ja auch in der aktuellen Welt immer wieder Fälle von Leuten, die in der Öffentlichkeit sind, die das machen und dann komplett in eine andere Richtung gehen, alles über den Haufen werfen, zum Teil sogar ihre kompletten Businesses an die Wand fahren. Und deswegen, was passiert da so bei dir? Ich habe auch noch mal mit Markus und Andreas darüber gesprochen und ich sage immer so, hey Leute, jetzt zieht es euch, aber ich weiß, die werden es nicht machen. Warum nicht? Es ist nicht ganz ihre Welt und ich finde es auch gut, also das fand ich auch eine ihrer Stärken, als ich noch mit denen zusammengearbeitet habe, dieses, sie sind sehr konservativ, sie sind sehr feed on the ground, und das, das wird jetzt gemacht werden. Und ich bin so ein bisschen mehr der Träumer, so hey, wenn ich diese Zeremonie mache, das ist vielleicht gut fürs Business, weißt du? Und die holen mich dann immer so zurück, so hey, hey, brauchst du gar nicht. Hier, Leads, Sales, Marketing, let's go, weißt du? Und das finde ich eine gute Balance. Aber was, um zu deiner Frage zurückzukommen, witzigerweise bei diesem Metanoia Retreat mit dir ist es, habe ich viel mehr gemerkt, dass du eigentlich mit Ayahuasca arbeiten musst. Witzigerweise, bei der ersten Ceremony 2019, das ist einfach nur so wie, das hat mir einfach nur den Schädel abgeschlagen und das hat mit mir gemacht, was ich wollte. Und bei der zweiten Ceremony, auch dadurch, dass wir diese, diese Intention Setting Sessions davor gemacht haben, diese Wrap Up Sessions danach gemacht haben, ich habe mich viel mehr als Teil davon gespürt und du kannst auch wirklich die Intentionen mit Intentionen reingehen und das gewissermaßen steuern. Und am ersten Tag ging es bei mir ganz viel um Dankbarkeit und ich konnte loslassen und das ist, finde ich, als Business Owner, als Anführer von einem Team sehr schwer. Und ich wusste gar, mir war es gar nicht bewusst, wie schwer es ist. Also für viele Unternehmer, die sich das jetzt auch reinziehen hier, als Unternehmer, als Boss, bist du sehr oft, du musst stark sein, du musst die Leute führen, du musst Empathie haben, du kannst nicht, kannst Schwächen nicht offen zeigen. Du musst immer wissen, was zu tun ist, auch wenn du es nicht weißt. Weißt du, was ich meine? Du musst immer on point sein. Es gibt keine Zeit für Gefühle, du darfst nicht sehr viel zeigen. Und in der ersten Ceremony, wirklich in den letzten drei Jahren vor allem sind wir durch so viel Scheiße gewartet, im Business, privat, so viele Dinge, die ich durchmachen musste, die mich aber auch zum besseren Menschen gemacht haben, ganz klar, zum besseren Business, die mir mehr Geld gemacht haben. Aber es waren trotzdem fucking schwierige Situationen, teilweise Wochen, Monate lang, einfach nur emotional hart, wo du halt einfach wirklich teilweise denkst, so ey, ich kann das einen Tag noch weitermachen und dann ist Ende und es zieht sich aber für sechs Monate weiter. Arbeiten, Leute, die einen belügen, Leute, die einen betrügen, Leute, die scheiße über einen öffentlich reden, was dann auch dem Business schwer tut. Dann wollen Leute gehen, dann wollen Leute rein, sind nicht googelt, so viel, also. Ja, das sind all die Sachen, über die man ja auch nicht spricht, so, das ist einfach, das gehört dazu. Genau. Aber man macht jetzt eigentlich Videos, hey Leute, das ist auch voll schwer und ich auch. Ja, ja, und der Mitarbeiter ist gerade abgehauen, shame, und den weißt du natürlich nicht. Und diese erste Ceremony sind alle Gefühle rausgekommen und ich konnte einfach nur so in Dankbarkeit, aber auch der Schmerz ist nochmal rausgekommen und ich konnte aber auch mega dankbar sein und dass ich quasi sage, okay, das ist passiert, jetzt bin ich hier, es war hart, jetzt sind alle Emotionen mal raus, die alle, die zusammengestaut waren, die sind alle rausgekommen. Das war in der ersten Ceremony. Da war auch kein Kotzen, da war gar nichts, es war einfach nur Emotionen, weinen, lachen und das war sehr schön und in der zweiten Ceremony, ich habe auch ein bisschen so mit Zynismus ein bisschen gekämpft. Ja, in der zweiten Nacht, ja, stimmt. So, weil du trinkst das halt und du hörst so wie jemand anders am anderen Seite der Raum schon anfängt zu weinen und der halt wirklich irgendwas verarbeitet und du sitzt da und merkst gar nichts, weißt du, und dann die Musik ist halt auch komisch und du denkst dir dann so, was ich mache, ich mache das ja bei der fucking Zeitverschwendung, weißt du, okay, ich trinke noch eins, immer noch nix, noch eins, immer noch nix. Du kommst, du bist sehr leicht zynisch zu werden und in der zweiten Nacht fand ich es aber dann auch sehr schön, ich bin dann irgendwann eingepennt, ich bin bei mir, ich bin immer mega müde geworden, das hat sich physisch mega hart auf mich gewirkt. Ich konnte mich halt, alles war mega schwer, ich bin auch so auf der Matratze gelegen und habe halt gepennt und bin dann aber während ich schlafe, ich bin auch so schlaf, halb wach, halb im Schlaf gewesen und dann ist mir einfach so eine Idee in den Kopf gekommen. Es ist witzig, weil es fühlt sich nicht an wie meine Idee, aber es kam von mir, als ob die Idee in meinen Kopf reingesetzt worden ist, so Inception-mäßig und das, und dieser eine Satz war, if the magic in your life is still missing, it's because you're not listening. Und ich dachte so, woher ist das jetzt gekommen? Weißt du, ich bin so aufgesetzt, so was, woher ist das jetzt gekommen? What the fuck? Und ich wollte unbedingt mit jemandem reden drüber und sollte man ja nicht, es ist ja eigentlich eine sehr private Ceremony, was sehr Persönliches und wir hatten da auch einen so, es gab ja immer so Helfer, die dabei waren quasi, ja, und irgendwie, ich wollte mit John reden. Ich wusste nur, dass er John heißt, das war all die Information, die ich mir hatte. Irgendwie so, ich möchte mit diesem John-Typen reden. Hab den dann so gesucht, da hab ich ihn so draußen gesehen und ich so, John, John, you gotta make it. Und er ist dann so ein Brite, so, of course, chap, I'm sure, mate. Und ich hab dann so, John, hey John, ich hab diesen Satz im Kopf gehabt, so, if the magic in your life is still missing, it's because you're not listening. Und in meinem Kopf, ich geb ihm den Satz so und er hat einfach so, okay, ich dachte eigentlich so, er wird mir jetzt irgendwie was geben können und er einfach nur so, okay, let's work with that. Und er hat dann einfach angefangen zu erzählen und witzigerweise, und das fand ich halt so witzig, dieser John, der irgendwo in Ibiza wohnt, längere Haare hat, ein bisschen älterer Typ ist und hat einfach so Ayahuasca-Ceremonies auf seinem, in seinem Haus veranscht oder halt machen lassen. Der erzählt dann so, ja, er hat eine Marketingfirma gehabt, er hat eine Event-Marketingfirma gehabt, die haben riesen Events für MTV geschmissen, über den ganzen Globus verteilt und dann hat er halt einfach überhaupt keinen Bock mehr und ist mit seiner ganzen Familie nach Ibiza gezogen. Und das fand ich halt so witzig, dass genau dieser Typ, mit dem ich reden wollte, halt so eine ähnliche Situation hat, weil es gab dann diese beiden Konzepte, die sich in Johns Leben gebattelt haben. auf der einen Seite dieses, hey, Marketingagentur und hustlen und grinden und um die ganze Welt Kohle machen und dann das andere ist einfach, fuck everything und ich ziehe jetzt nach Ibiza mit meiner Familie in eine Hütte, weißt du, in eine schöne Hütte, schöne Hütte, ja. Und ich dann so, John, John, woher wusstest du, dass das das Richtige ist? Ja. Weil ich frage mich das auch oft, soll ich weiter grinden? Wenn ja, wie lange? Oder soll ich überhaupt einfach sagen, fuck it, ich brauche kein Team, ich brauche, wir haben jetzt gerade wieder den 8-Figure-Award gekriegt für 10 Millionen Cash-Collected. Gratuliere an dieser Stelle. Danke. So, brauche ich das? Vielleicht einfach alles hinschmeißen und einfach nur so meine 10, 20 KM im Monat alleine machen? So, eh. Ich habe manchmal diese Zweifel, ja. Und dann habe ich John eben, der sowas gemacht hat und ich so, woher wusstest du das? Und er so, ich hatte keine Ahnung, ich wusste es gar nicht. Ich habe es einfach gemacht. Und dann habe ich halt so gesagt, so John, John, aber denkst du nicht manchmal zurück? Was wäre, wenn du da weitergemacht hast? Wie viel du erreichen hättest können? Und John einfach nur so, ne, ich blicke nicht zurück. Wenn du in dem Auto sitzt und den Rückspiegel siehst, dann crashst du halt. und ich so, John, du bist so eine Legende, Mann. Total, hast du recht, warum zurückblicken? Fuck it, Mann. Und wenn ich Bock drauf habe, dann mache ich es. Und das war eine dieser Epiphanies. Und sowas passiert einem sehr, vor allem als Business Owner, vor allem, wenn man viel Verantwortung hat. Und weißt du, als Besitzer von der Firma bist du derjenige, der jemandem sagt, was er machen soll. Aber keiner sagt es dir selber. Du musst anderen sagen, was sie machen sollen. Teilweise fehlt mir dieses von oben. Und ich arbeite mit sehr vielen guten Mentoren zusammen. Aber im Endeffekt, einfach mal zu wissen, von jemandem gehört, von jemandem gesagt zu bekommen, hey, so habe ich es gemacht und es hat für mich gut funktioniert. Und für mich war es dann im Endeffekt halt ganz klar, ich habe so Bock drauf, die Firma weiter hoch zu arbeiten. Ich möchte auf eine Mio im Monat raufskalieren und dann noch weitermachen. Ich habe Bock drauf. Die Leute, die ich jetzt in meinem Team habe, sind so geile A-Player. Auch weil durch so Dinge wie die Ukraine und die richtige harte Arbeit seitdem, haben die B- und C-Player einfach rausgesiftet. Die sind entweder abgehauen oder sind gefeuert worden, weil sie nicht mehr Upsteppen hätten haben können. Und das Team, das ich jetzt habe, ist besser als es je zuvor. Die Skills, die ich habe und die mein Team haben, ist besser als je zuvor. Wir haben so viele geile Dinge jetzt auf diesem Schachbrett in Positionierung. Wir können jetzt einfach jahrelang Schachmatt, Schachmatt, Schachmatt und alle fertig machen. Und wir haben auch darüber geredet bei unserem Dinner vor ein paar Tagen. Dieses, in welcher Zone ich gerade bin. Ich bin eigentlich in dieser Zone gerade, wo ich sage, ich möchte dominieren, ich möchte den Markt einnehmen, ich möchte geilen Shit aufbauen, ich habe so Bock, ich möchte deswegen auch mehr Podcasts zum Start. Ich möchte meine Brand neu aufbauen, weiter aufbauen, geilere Sachen machen, mehr Leute treffen. Ich bin da mega, mega heiß drauf und ich weiß, das dauert bei mir immer lang. Diese Phasen dauern immer ein, zwei Jahre und deswegen grinde ich das jetzt noch aus und dann mal schauen, ob ich mit 35 noch weiter Gas geben möchte. Wann ist genug? Ich glaube, es ist eine sehr schwarz-weiß-Frage. Genug und nicht genug. Man macht Dinge ja nicht nur, damit man irgendwann mal genug hat. Das ist eine Oversimplification. Man macht Dinge, weil sie halt auch Spaß machen. Weißt du, was ich meine? Man macht Dinge, weil sie einen inspirieren. Ich hatte auch zufällig gerade eine ähnliche Diskussion, ein ähnliches Gespräch mit meinem Freund Alexander Wala, der auch gemeint hat, so hey, wie geht es dir auf Zypern? Und ich so, was ist das Ziel? Warum? Nicht so Ziel? Ja, halt schon eine Mio im Monat, aber das ist jetzt nicht irgendwie so das Ziel, auf das ich hinstrebe. Das war auch damals bei meiner ersten Million nicht das Ziel. Ich habe die erste Million dann einfach irgendwann mal gehabt, so oh Gott, meine erste Mio, okay, weitergemacht. Für mich ist dieses genug, gibt es gar nicht. Ich mache es, weil es geil ist, weil es mir Spaß macht und weil es mich inspiriert. Warum macht es dir Spaß? Ich habe als Kind immer diese Aufbauspiele gespielt. Am Computer, Playstation, immer diese City Builders, Command & Conquers und ich fand es immer geil, was aufzubauen. Und ich habe dann wirklich diese ganze Map, bis die ganze Map voller Gebäude war und dann, okay, was jetzt? Okay, jetzt neu aufbauen, noch was anderes aufbauen. Dieser Aspekt von etwas bauen, das ist, glaube ich, auch einer der Hauptaspekte jetzt im Business. Ich baue zwar keine Videospielstadt auf, sondern ich baue halt meine eigene Firma auf. Ich baue mir jetzt nicht irgendein Charakter auf bei World of Warcraft oder Final Fantasy, da irgendwie Levels und Experience-Punkte gesammelt, sondern ich baue halt meine Firma auf, mich selber auf und kriege halt Charakter-Trades für mich selber. Und das macht mir eben mega Spaß. Und daher kommt das, glaube ich, auch plus. Natürlich die Tatsache, dass ich anderen Menschen dabei helfen kann. Also so Dinge zu sehen, so wie jetzt so ein Kunde, der zu uns kommt, als junger Mann oder junge Frau keine Ahnung hat und ein Jahr später kaufen sie sich die erste Rolex. Es geht jetzt nicht um die Rolex, aber es geht auch um, was sie symbolisiert. So, yo, du hast dir eine Uhr für 20.000 gekauft, weil du es leisten kannst. Und die sagen uns, danke, hey, ich habe meinen Vater auf Urlaub geschickt, hätte ich nie was machen können, wäre es nicht für euch. Also das ist natürlich auch schön. Schön, auch ein bisschen Ego natürlich auch dabei. Plus, ganz klar, ganz praktikabel, so Dinge wie Corona oder so Dinge wie Kriege in der Ukraine, die zeigen einmal richtig, wie am Arsch man sein kann, wenn man sein Leben falsch aufgebaut hat. Wenn man sein Leben aufgebaut hat, so, ich kann nicht da raus, weil mein Job da hängt. Ja. Ich kann nicht woanders hinziehen, weil ich mir keine andere Wohnung leisten kann. Also diese Freiheit, diese Optionen, die man sich erkauft, dadurch, dass man hart arbeitet und sich eine Firma aufbauen und viel Geld verdienen, das ist auch mega viel wert. Geil. Also ich höre raus, bauen, das war schon immer dein Ding und das ist einfach etwas, was dir Spaß macht. Das ist dieser intrinsische Wert. Selbst wenn nicht mal das Ziel erreicht wird, ist es trotzdem geil. Ja. Aber weil das Ziel erreicht wird, kriegst du dann auch die Bestätigung dafür, dass die Werte, Freiheit, Selbstbestimmung auch weiter in die Welt hinausgetragen werden. Das ist sozusagen das, was in dir ist, deine Wertvorstellung, was ja auch so ein bisschen das Maskuline will, die Welt penetrieren mit unseren eigenen Ideen. Und das ist dann so, ich sehe es, ich sehe es. Ja, das ist schön, weil das macht ja dann auch dir Freude eben auch, dann bist du eigentlich immer noch der kleine Junge, der Lego spielt oder Warcraft spielt, aber einfach auf einem anderen Level, oder? Richtig, genau so viel ich glaube. Ja, das ist mega geil, das ist mega geil, schön. Vielleicht noch abschließend, jetzt wo das Retreat schon ein bisschen her ist und du ja auch schon die erste Integration Session gemacht hast, was ist so die Nummer 1 Lesson oder vielleicht auch dein Nummer 1 Integration Step, den du da so ein bisschen rausgezogen hast für dich? Also, es gibt eine längere Antwort, ich versuche es kurz zu halten, ich habe schon mega viel gelabert hier. Erste Nacht, die Main Epiphany, die Hauptsache war eben dankbar sein, loslassen. Zweite Nacht war the magic in your life is still missing because you're not listening. Plus, die andere Epiphany war stop being a scared little boy, weil ich auch mega ängstlich bin, sehr oft, was passiert, wenn das passiert, einfach mal hey, chill, okay? Und dann in der letzten Nacht, es gab sehr viele Epiphanies dazwischen, aber die größte Epiphany war so hey, if you serve people around you, you serve them with all your heart, with everything you do, that's the real meaning of leadership. leadership. Und dann daraus hat sich entwickelt, the true meaning of leadership is to serve people around you, so that they can then carry you. Und die Wortwahl fand ich nämlich interessant. Es war nicht you serve people, so they serve you. Nein, es war, du dienst den Leuten, sodass sie dich tragen. und dieses Bild, das ich in mir hatte, dieses, okay, ich diene dem CMO von uns, ich diene meinen Sales Manager, ich diene meinen Kunden, ich diene meinen Coaches, ich diene meiner Freundin, meiner Mama, meinem Papa, ich diene all den Leuten, sodass, falls es mal zu dem Punkt kommt, wo ich nicht mehr laufen kann, wo ich an ein Bett gefesselt bin, psychisch oder physisch, sie mich tragen werden. Und diesen Gedanken fand ich mega, mega schön. Und das war der Hauptgedanke, die Hauptlässen, die ich daraus rausgetragen habe. Dieses, hey, diene den Leuten. Ein wahrer Anführer dient den Leuten. Er kommandiert sie nicht herum, er sagt jetzt nicht, ich bin der Obermacker, ihr macht das, was ich sage, oder ihr bedient mich, sondern du dienst den anderen. Und das fand ich sehr schön, das habe ich auch sehr viel implementiert. Ich habe mich am ersten Morgen schon implementiert. Ich habe sofort meinen CMO angeschrieben. Was brauchst du? Was muss ich tun? Und er so, hey, ich freue mich, dass du fragst. Das, das, das. Und ich so, say no more. Let's go. Und das ist richtig schön, weil ich weiß auch, sorry, wenn du A-Players in deiner Firma hast, du dienst einem A-Player, dieser A-Player macht Gold draus. Du gibst dem A-Player deine Attention, du gibst ihm deine Arbeit, du fragst ihm, was er braucht oder sie und die nehmen das und geben dir 10, 20, 100-fach zurück. Wenn du das aber mit einem B- oder C-Player machst, die nehmen das und hauen ab. Und jetzt nicht hauen ab im Sinne von die Kündigen, sondern die nehmen das und sie nehmen und sie nehmen und sie nehmen. Sie nehmen mehr Energie von dir. Sie nehmen mehr Zeit von dir und die machen gar nichts draus. Also es ist sehr wichtig, das als Business Owner zu hören, zu sagen, wenn du mich jetzt hörst, wo ich sage, hey, du musst den Leuten dienen, das funktioniert nur, wenn du auch wirklich A-Player am Start hast. Weil wenn nicht, dann dienst du denen halt, das ist wie ein schwarzes Loch, da gibst du Energie, Zeit und Attention in das schwarze Loch rein, das kommt nie wieder zurück. Ja, das ist ein guter Punkt. Da kann ich auf jeden Fall auch noch, da kann ich auch ein Leak davon singen. Ja, auf jeden Fall mega schön und was ich nochmal abschließend sagen kann, weil sicher auch einige Unternehmer sich das angehört haben, also wir hatten ja nur Unternehmer auch in unserem Retreat und das waren alles Leute, die auch entsprechend diese Intention hatten, also wir sind alle auch aufgrund unseres Businesses rein, zum Teil Neuorientierung, zum Teil nochmal eben ein bisschen mehr die Nuancen rauszuarbeiten und ich glaube, mit gutem Gewissen behaupten zu können, dass wir alle mehr on purpose sind, also alle haben, mit denen ich auch nochmal gesprochen habe, die sind alle jetzt noch viel mehr driven und das soll einfach euch auch nochmal so dieses Gefühl geben, es geht bei OASKA nicht darum, sich neu zu finden und immer nur zu heilen, sondern man kann diese Technologie, wenn man sie mit den richtigen Leuten konsumiert und zum Beispiel auch mit unserem Typ, also der Chief, das war ja selbst auch ein Leader, der hat ja 4000 Leute geleadet, das ist selbst noch ein Anwalt, ein Schamane, der auch noch ein Anwalt ist, weißt du, Yawanawa halt und das ist eben für mich auch nochmal so eine ganz klare Bestätigung gewesen, dass ich diese Arbeit auf jeden Fall weiterführen möchte, aber eben nicht auf dieser Ebene so, ja ich möchte irgendwelchen Leuten, die sich noch nicht selbst gefunden haben, dabei helfen, weil ich finde, genau dort ist eben Ayahuasca gefährlich, bei Leuten, die sich noch nicht selbst gefunden haben, also wir haben auch Leute, die kommen manchmal zu mir ins Mentoring und sagen so, hey Mischa, ich habe LSD genommen und ich habe dich gesehen und dass ich eigentlich mit dir arbeiten sollte und nicht weiter, oder weil, wenn du diese Substanzen nimmst und du hast keine Intention oder du bist noch nicht richtig bei dir, dann kann das zum Teil auch so Wahnvorstellungen auslösen in dir, du weißt dann gar nicht mehr, was ist jetzt eigentlich real, aber erst wenn du so ein bisschen auch sich so ein bisschen gesettelt hast und in einem Rahmen bist, dann kommst du entsprechend auch eben auf, also für mich ist es immer so, das Gefühl, du connectest dich so an eine Cloud, die immer da ist mit Infinite Possibilities und siehst es auch mal, was eigentlich alles möglich ist, wenn du diesem Gefühl da treu bleibst, eben diese Magic auch mal wirklich zulässt und mehr zuhörst und weniger Fragen stellst und auch nicht die ganze Zeit irgendwelche Antworten erwartest, sondern einfach nur zuhörst. Richtig, richtig. Ja, das ist mega geil. Vielleicht noch abschließend, um noch ein bisschen Value reinzubringen, jetzt für die Leute, die auch Seven Figures machen wollen, Six Figures, vielleicht auch überhaupt mal anfangen wollen. Ich habe dich ja schon gefragt, bezüglich der Branche, die sich jetzt auch wieder verändert. Jetzt ist wieder TikTok, wird immer omnipräsent, habe ich das Gefühl, aber gleichzeitig auch Reels auf Instagram. Du hast mir jetzt gesagt, dass du deinen Kurs jetzt auch nochmal auf die Version 4.0 umstellen wirst. Richtig, ja. Was verändert sich aktuell in der Branche? Also was sind so die News, die du vielleicht für meine Zuhörer hast, wo du sie vielleicht auch so ein bisschen warnen kannst, dass sie nicht auf irgendeinen Hype aufspringen oder vielleicht irgendwie so eine Grundsatzgeschichte auch? Ja, sehr gut, dass du das ansprichst. Die Nuance ist immer, geht immer weiter in den Hintergrund. Das heißt, Leute, wir merken das halt immer härter, Leute wollen nur auf irgendeinen schnellen Hype raufgehen. Das war 2021 NFTs, dann waren, Krypto ist halt immer wieder, wir haben das so oft, dass Leute zu mir kommen, so, ja, ich habe das Geld gespart, ich wollte eigentlich ein Mentoring kaufen und mir ein Business aufbauen, aber da hat mich so ein Kryptotyp angeschrieben und der hat dann irgendwie gemeint, ich kann so ein, zwei Bitcoins zurückkriegen, weißt du, richtig dumm, weißt du, die Leute wollen halt immer mehr diesen Quick Fix, irgendein Passive Einkommen Bullshit machen, das ist alles scheiße, das ist alles drin. Gier und Faulheit. Ja, richtig, Gier und Faulheit, richtig. Es gibt kein passives Einkommen, okay, es gibt es nicht, bevor man nicht aktives Einkommen richtig hoch gezogen hat, weißt du, du arbeitest jetzt nicht irgendwie in einem 9 to 5, haust so 2000 Euro in irgendein Scheme rein und kriegst dann dadurch passives Einkommen, es existiert nicht, okay, passives Einkommen passiert, FTX habe ich gemeint, ja, genau, 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 der selbe Scheiß, passives Einkommen passiert auf zwei Ebenen, ja, Ebene 1, du arbeitest, baust dein eigenes Business auf, das ist ein legitimes Business, ein langfristiges Business, was wir machen, ist, wir helfen Leuten dabei, sich als Coach oder als Service Provider, als Dienstleister, selbstständig zu machen, das ist ein legitimes und langanhaltiges Business, weil du immer als Mensch einen anderen Mensch brauchst, weißt du, als Fitness Coach, als Dating Coach, als Personal Development Coach, auch wenn da jetzt AI schon viel helfen kann, ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen, wir wollen nicht mit AI reden, wir wollen mit einem Menschen reden, weißt du, und das ist eben witzig, wenn dieser Mensch als Coach AI aber als Werkzeug benutzt und sagt, ey, ich, AI hilft mir dabei, meinen Kunden die Macros zu berechnen, zum Beispiel, was weiß ich, weißt du, dann ist das halt mega geil, weil dann kriegt halt der Kunde, ja, dein Kunde als Coach, ähm, kriegt dich als Mensch zu sehen, du kannst den motivieren, du kannst mit denen sprechen, du kannst denen helfen, aber du selber als Coach kannst aber AI als Werkzeug benutzen, um deine Arbeit leichter zu machen, ja, das ist so mal so ein Neben, Neben Value Nugget, das ist geil und du wirst nicht ersetzt werden durch AI, weil die Leute immer diesen Mensch zu Mensch Kontakt brauchen werden, mindestens mal für die nächsten 30, 40 Jahre, also, wenn du in den nächsten 30, 40 Jahren Geld machen möchtest, das ist eine gute Route, ja, Online Coaching oder, oder Dienstleistungen, sich damit selbstständig zu machen, so, zurück zum passiven Einkommen, so, aktives Einkommen mit einem legitimen, langfristigen Business selber mal aufbauen, ja, dann kommst du mal relativ schnell zu Ebene 1, ähm, das ist wo eine Ebene, wo du 40, 50K im Monat machst und zwei, drei Assistenten hast, die den Hauptteil deines, deiner Arbeit übernehmen, das kann eben teilweise auch AI sein oder halt ein anderer Mensch, also, wir haben das, auf dieser ersten Ebene, haben wir einige unserer Kunden, die sagen so, hey, ähm, ich war gestern im Kino und, äh, mein Mitarbeiter hat einfach einen Kunden abgeschlossen und ich habe irgendwie 5K gemacht, ja, das ist halbes passives Einkommen, du kriegst das relativ passiv schon rein, ja, das ist die erste Ebene, zweite Ebene ist, du machst das und skalierst halt hoch, auf, was weiß ich, 100, 200K im Monat und sagst dann, ey, ich habe hier mega viel Geld auf meinem Bankkonto, ich habe hier ein paar 100K auf meinem Bankkonto und, äh, ich möchte das Geld hier nicht auf dem Bankkonto verrotten lassen, ich nehme jetzt das Geld und gebe es halt wo rein, was mir Dividende zahlt, S&P 500, oder ich investiere das auf den Stockmarket oder kaufe mir halt ein Haus, ja, wo ich dann Rendite davon kriege oder ich investiere in Gold und was auch immer, äh, in Solar, kann man alles investieren und dann kriegst du dann halt deine 10, 20, 30% im Jahr oder nach ein paar Jahren halt zurück. Das ist passives Einkommen oder halt 5%, ist ja auch egal, wenn du, 5% von 100K ist auch nicht schlecht, weißt du, wenn du früh anfängst. Richtig, das ist das eigentliche passive Einkommen, wo du aktives Einkommen nimmst, dann hast du mega viel Cash und das ballerst du dir dann wo rein, wo du dein Geld rauskriegst. Das ist, was ich, was, was mega wichtig ist. Und, jetzt vielleicht nochmal auf diese, auf diese Frage zurück, was hat sich in der Branche verändert, weil, ich hätte jetzt gehofft, dass du das Wort AI ansprichst, du hast es jetzt angesprochen, nutzt du selbst AI, weil du bist ja ein super produktiver Typ. Also hat dich AI in den letzten 12 Monaten noch krasser gemacht? Ein bisschen, ein bisschen. Was wir zum Beispiel machen ist, wir haben AI, die macht unsere Captions auf Instagram, also wenn du Max Tornow Business auf Instagram. Welcher App ist das? Caption App? Das ist ChatGPT, wirklich nur ChatGPT. Wir sagen so, ChatGPT, create a caption for a video, also mit Caption meine ich den Text, der unter das Video reinkommt. So, hey, we made an Instagram Reel, wir machen Instagram Reel über das und das Thema, schreib mir kurz eine Caption, damit wir das nicht selber schreiben müssen. Das wird sonst auch wieder fünf Minuten Zeit kosten, das wird alles von der AI gemacht. Ist das gut? Ja, ist gut, macht richtig coolen Shit. Da kannst du also sagen so, hey, gefällt mir nicht, mach das ein bisschen emotionaler, boom, mach es kürzer, was länger, gib ein Beispiel rein und so weiter und so weiter. Ist ganz cool. Was auch noch sehr gut funktioniert, ist auch, habe ich gestern in einem Kundengespräch gehabt, wir haben gestern Call gehabt, Lead Generation Call mit meinen Anfängerkunden, wo halt so jemand, ein Fitnesstrainer zum Beispiel, hergeht und sagt so, er wollte ja so einen Facebook-Text machen, so wie Jeff Bezos halt, die eine Sache, die Jeff Bezos sich nicht kaufen konnte und das ist eben seine Gesundheit, ja, die musste ja quasi selber an sich arbeiten und der wollte dann halt zuerst ein Bild von Jeff Bezos halt unter dem Text reinballern, sage ich so, eigentlich ist es okay, ist eine geile Idee, aber warum gehst du nicht auf Mindvalley oder Midvalley, what is it called? Mindvalley? Mindjourney? Midjourney.com? Da gibst du halt ein so, hey, mach mir ein Bild von Jeff Bezos, wie er mega shredded ist, auf einem Dinosaurier reitet, weißt du? Und das hoch, weil das ist halt auch mega geil, wenn das so Leute so sehen, oh, das ist ein geiles Bild, was ist das für ein Text? Also so kleine Dinge machen das Leben, vor allem als Beginner-Coach, viel, viel leichter, wenn du AI am Start hast. Das ist aber jetzt auch erst in der Beginner-Phase. Wir haben jetzt teilweise auch Videos, wo du meine Stimme im Hintergrund hörst, also du siehst halt so Footage von Leuten, du siehst halt Footage von der Welt, irgendwas, was dazu passt und du hörst meine Stimme im Hintergrund. Das habe ich aber nie gesagt. du gibst dieser AI zwei, drei Stunden von meinem Audio, was natürlich on-must gibt im Internet und gibst dann den Text ein. Und der Text ist halt so, das sagt halt irgendwas und du hörst dann meine Stimme, wie sie im Hintergrund halt redet. Und ich denke mir so, das habe ich nie gesagt, aber ich höre mich. Mega interessant. Findest du es gut? Findest du es echt? Es geht, also man ist Uncanny Valley heißt das, wo es ein bisschen noch, denkt man so, ein bisschen komisch, die Stimme ist ein bisschen höher oder hat ein bisschen komischen Southern Accent, aber das ist in einem halben, halben bisschen im ganzen Jahr komplett unbemerkbar. Und das Geile ist, du kannst jetzt auch hinsagen, du kannst auch hingehen und sagen, naja, aber ich muss ja trotzdem noch den Text selber schreiben. Ne, du gehst zu ChatGPT, sagst, schreib mir einen zwei Minuten langen Text für ein Video, nimmst den Text von ChatGPT, ladst den rein in das AI-Audio, das AI macht ein Audio mit deiner Stimme von dem Text, den die andere AI geschrieben hat, haust das in ein Video rein und dann weg, weg ist. Und da hast du schon mal ein Reel produziert, das auch wirklich gut performt hat, das muss ich sehen. Die Leute wussten auch gar nicht. Ja, das muss ich sehen. Die Leute auch so, okay, who is this guy? Ja. Und macht es deinen Mitarbeitern Angst, also vor allem jetzt Copywriting, finde ich jetzt, so wie du das jetzt gerade sagst, also wenn jetzt eine Copy, eine Copyperson Geld damit verdient, Captions auf Instagram zu schreiben, was passiert denn jetzt? Also, was ich jetzt meine, aktueller Stand ist so, du kannst, wenn du weißt wie, kannst du jetzt einfach mehr Arbeit machen und damit auch mehr Kunden gleichzeitig bedienen, aber du musst trotzdem die Texte dann nochmal ein bisschen selbst geiler machen. Richtig, genau. Ein guter Copywriter macht nicht einfach nur Copy-Paste. Genau. Das ist halt auch wieder dieses Schwarz-Weiß-Denken, so okay, heisst das, dass die ganzen Copywriter keine Arbeit mehr haben werden? Ne. Das ist genauso, wenn du sagst, okay, als der Dampfmotor kreiert worden ist, gibt es halt keine Pferde mehr, weisst du? Ne, ne, also das ist, das ist überhaupt kein Problem, weil ein guter Copywriter benutzt AI als Werkzeug und macht damit seine Copy noch besser, weil du kannst jetzt nicht einfach hingehen und sagen so, ja, ChatGPT schreibt mir eine Copy über dies, das. ChatGPT wird dir was ausspucken, was 50 bis 70 Prozent geil ist. Wenn du jetzt aber keine Ahnung hast, wenn du ein scheiß Copywriter bist, kannst du darauf nichts mehr machen, dann bist du sowieso lost. Wenn du ein guter Copywriter bist, sagst du, okay, AI finde ich geil, okay, passt, passt, hier in dem Paragraf gib mal das und das und das rein, boom, AI schreibt das. Okay, dritter Punkt, gefällt mir nicht, mach alles ein bisschen emotionaler, passt, geil, jetzt habe ich es. Ein guter Copywriter nimmt, was einem AI gibt und macht es noch besser. Er lässt sich nicht ersetzen, sondern er benutzt AI als Tool und jetzt kann dieser gute Copywriter auch nicht einen geilen VSL pro Woche schreiben, sondern vier. Jetzt kriegt dieser Copywriter auch viel mehr Input, weil er viel mehr Output hat, wird dadurch noch besser, weiß auch, wie man das Tool besser benutzt und wird dadurch ein viel besserer Copywriter. Das ist genau dasselbe wie ein Bauarbeiter, der halt eine Maschine benutzt. Wenn du weißt, wie du es benutzt, wirst du besser, aber sie kann dich nicht ersetzen. Ja. Jetzt gibt es so Coachings wie deins zum Beispiel. Jetzt gibt es AI, jetzt gibt es Mindset, Bücher, Free Content und trotzdem gibt es immer noch Leute, die schaffen es nicht. Was ist so in deinen Augen der Nummer eins Grund, warum es Menschen gibt, die es einfach nicht packen? Sind die an der falschen Sache dran? Haben sich die irgendwie verlaufen? Oder gibt es Leute, die du kennst, die wirklich richtig motiviert sind, die richtig Bock haben und trotzdem irgendwie nicht vorankommen? Du hast sehr viele gute Punkte angeschrieben, du hast geschrieben, dass Leute nicht dranbleiben, gesagt, geschrieben, Leute bleiben nicht dran. Das ist einer der massivsten, größten Probleme, wo die Leute halt einfach nicht mehr die die Patience haben, zu sagen, hey, ich setze mich da jetzt hin für ein Jahr oder zwei. Ja. Nee, Leute gehen hin, die probieren es und in dem Moment, wo es zu schwierig ist, denken sie sich, nee, nee, gibt ja eh was Einfacheres. Ich habe hier gehört, wenn ich so einen Affen NFT kaufe, kann ich Millionär werden, dann mache ich lieber das. Weißt du, dieses shiny object syndrome, das hält auch damit zusammen, dass wir Leute halt immer nur alles instant haben wollen, instant, 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 instant. Du merkst es halt auch, du hast alles an deinen Fingern. Weißt du, wenn du jetzt ein einsamer Mann bist, du bist eine Sekunde davon entfernt, viele nackte Frauen im Internet zu sehen. Du musst nicht mehr dafür arbeiten. Wenn du hungrig bist, bestellst du Pizza innerhalb von 45 Minuten, ist die bei dir bei der Tür. Weißt du, unsere Gehirne werden dazu aufgebracht, dass du alles sofort haben kannst. Ja, die Wahrheit ist aber, bei den richtig wichtigen Dingen im Leben, wie einen geilen Body zu haben, gesund sich zu ernähren oder eine geile Firma zu haben, die dir viel Kohle ausspuckt, das kannst du nicht sofort haben. Da musst du dich Monate, Jahre lang hinsetzen und einfach mal Scheiße fressen, bis du dir da was Geiles aufbauen kannst. Das ist aber für viele Leute das erste Mal in deren Leben, wo sie eigentlich länger sich wo dran setzen müssen. Ja. Ich hatte das auch bei mir. Ich habe nicht viel gemacht, wo ich einfach mal Monate oder Jahre lang mich hinsetzen musste. Gitarre spielen war vielleicht ein Skill, was bei mir lange gedauert hat. Weißt du? Und dann kommst du plötzlich als 20- oder 30- oder 40-Jähriger an so ein Business und denkst du, cool, ich baue mir das Business jetzt auf und nach einem Monat hast du noch kein Geld gemacht. Ja. Also kurz, die inability to deal with uncomfortable feelings. Ja. Ja. Einfach nicht geduldig genug zu sein. Plus, Leute haben keine Disziplin. Das war ein anderer Punkt, den du noch angesprochen hast. Die Leute sind motiviert. Cool. Scheiß auf Motivation. Motivation ist ein Gefühl, das kommt und geht. Bist du schon mal aufgewacht und hast dich mega motiviert gefühlt, eine halbe Stunde später warst du müde. Ja, weil das Gefühl einfach weggeht. Kenn ich auch. Beides. Ja, geht auch andersrum. Na klar. Motivation kommt und geht. Aber sie soll nicht, Motivation ist nicht die Voraussetzung, um was zu machen. Die Voraussetzung sollte Disziplin sein. Ja. Du musst, teilweise gehe ich ins Gym und habe überhaupt keinen Bock, aber ich weiß, Freitag ist bei mir Beintraining. und ich muss hingehen, auch wenn ich mich 50% ready fühle und nicht 100%. Ich weiß, dass ich es machen muss. Das ist halt mega wichtig. Also die Leute überbewerten Motivation zu viel. Oh, ich fühle mich gerade überhaupt nicht motiviert. Jetzt sitze ich lieber da und ballere mir Ben & Jerrys rein und schaue Netflix. Das bringe ich auch nicht ans Ziel. Die Leute, die erfolgreich sind, sind immer die Leute, die es machen, auch wenn sie sich nicht motiviert fühlen. Motivation ist für mich ein Bonus. Hey, voll geil, ich fühle mich heute motiviert. Geil. Okay, nice. Okay, gestern nicht. Scheißegal, ich habe gestern trotzdem 14 Stunden rausgehastet. Consistency is not a coincidence. Oh, I like that. Das bringt mich vielleicht auch so zum abschließenden Thema, einfach mal ganz kurz und schmerzlos, so deine Routine, deine Daily Routine. Also im Allgemeinen, du bist ja auch sehr viel unterwegs, deswegen glaube ich nicht, dass du all year long das Gleiche machst jeden Tag. Ja. Aber wie sieht so ein klassischer Tag im Leben von Max Tornow aus? Schauen wir mal, ich habe mal, also erst mal, ich organisiere mir alles auf Trello. Trello ist so eine App, da hast du halt so Karten drin. Und auch da wieder die ganzen Millennium Leute so, oh cool, also Trello macht da die Arbeit für mich. Weißt du, die glauben, dass es an einem fucking App liegt, weißt du? Du musst nicht Trello benutzen, schreib das von mir auf ein Blatt Papier, weißt du? So, ich habe immer so, was ich normalerweise mache, das erste ist bei mir Blutdruck messen und Essen tracken vom Tag davor. Ich habe so ein Sheet, ich arbeite mit Nicky Bra, ich muss alles eintragen. Das zweite ist mein CEO Change Log einfüllen, das ist halt quasi sowas wie so ein CEO Tagebuch, wo ich die ganzen Changes reingebe, so hey, neuer Closer hat den ersten Close, so und so, performt nicht, wir haben die Ads-Budgets gerade rumgeschiftet, sowas. Dann Hubstaff, das ist ein Tool, wo du trackst, wie deine Mitarbeiter arbeiten. Also das mache ich genau in dieser Reihenfolge. Also ich stehe auf, measure Blood Pressure, Change Log. Also keine Meditation und Breathwork. Nö, nö. Kein Yoga. Auch nicht. Dann Gym, dann habe ich Closer Call Reviews, sprich ich höre mir die Calls von meinen Vertriebler an. Ich höre mir ein Call pro Tag an, das ist ungefähr ein bis zweistündiger Call. Dann ballere ich mir, das Recording davon, ballere ich mir auf doppeler, Geschwindigkeit rein, während ich mein Frühstücksteak koche. Weil ich habe bemerkt, hey, wenn ich mir ein Steak koche, das dauert ungefähr 30 Minuten, mit dem Marinieren, in die Pfanne reingeben und so weiter. Mein Kopf macht ja eigentlich nichts, das machen ja nur meine Hände. Deswegen Airpods rein, Call Replay, zweifache Geschwindigkeit und ich höre mir das an, während ich mein Steak mache. Und ich ballere mir jeden Tag ein Steak rein. Ich weiß, du bist vegan. Ist ja egal, kann auch alles sein. Kannst auch ein Smoothie machen. Genau, während ich ein Frühstücksmoothie mache, ballere ich mir den Sales Call Replay rein, weil ich natürlich immer im Quality Control bin. Aber ich habe einen Sales Manager, der das macht. Der macht das bei meinen Mitarbeitern, aber ich mache es trotzdem. Geil. Einfach, weil fuck it. Es ist es immer wert. Dann Sales Call Review abschicken. Also ich schicke dann so ein Loom Video an meinen Vertriebler. Hey, das, das, das hast du gut gemacht, das, das, das musst du dran arbeiten. Dann Sales Rep Hiring. Also wir stellen gerade neue Leute ein, was wir eigentlich immer machen. Always be hiring. Sprich, ich habe ein paar Leute in meiner Pipeline, die ein Interview machen möchten mit mir. Denen schicke ich unsere Scorecard. Ich schicke denen die Informationen, was die Stelle bei uns beinhaltet, was die On-Track-Earnings sind und so weiter und so fort. Dann schedule ich mir die für ein Interview. Dann Videoshoot für den 11. November Schedule habe ich hier im Start. Dann WhatsApp, Slack und Clients. Das heißt, ich gehe durch alle meine WhatsApp durch, alle meine Kundenfragen, alle meine Slackfragen und so weiter. Dann Instagram posten. Dann Podcast 1, Podcast 2 mit dir. Dann zweite Mahlzeit. Dann ist es eh schon 8 Uhr abends. Dann habe ich noch ein Closer Interview um 8 Uhr. Dann habe ich um 8.30 Uhr. noch ein Kundengespräch. Dann habe ich um 9 Uhr noch mal ein Closer Interview und dann den nächsten Tag planen und mein Journal ausfüllen. Und dann ist eh schon 10 Uhr abends. Krasser Scheiß. Und das ist, ist das normal? Das ist normaler Tag, ja. Jetzt hier in Zypern? Jetzt hier in Zypern, ja. Also es sind schon so 10 Stunden arbeiten? Ja, 10 bis 14. 10 bis 14. Krasser Scheiß. Jetzt halt gerade. Jetzt gerade. Nach Ayahuasca. Genau, zum Beispiel. Ich habe auch Monate... Link in der Beschreibung. Zieht euch rein mit der Neuer, Leute. Ich habe aber dann teilweise... Ich habe zum Beispiel letztes Jahr einen Monat gehabt, den ganzen Juni, wo ich einfach gesagt habe, Freundin, wir reisen jetzt durch Italien und durch... Wir sind... Zuerst sind wir nach London geflogen, haben uns Rolling Stones reingezogen, dann am nächsten Tag Elton John, dann sind wir nach Österreich zur Hochzeit meiner Schwester, dann sind wir an die Amalfi-Küste einfach ein ganzes Monat durchgetravel. Da habe ich kaum was gemacht. Kunden beantwortet und das war es. Ja, geil. Geht bei mir beides. Was wichtig ist, und da ist auch, muss ich Props an dich geben, man muss auf sich selber hören können und man muss mit dem Flow gehen. Jetzt in dem Moment, an diesem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, bin ich mega am Grinden. Es fühlt sich geil an und der Flow sagt mir, hey, grind, grind the shit out of this, hab Spaß beim Grinden, let's go. Da zwinge ich mich jetzt nicht irgendwie dazu, fucking Urlaub zu nehmen, weil damit ich nicht ausgebrannt werde, ich werde das nicht haben. Ich habe jetzt Bock zu grinden. Ich habe aber dann auch einen Monat, wo ich sage, yo, ich habe gerade überhaupt keinen Bock. Ich mache das, was nötig ist. Ich bin für meine Mitarbeiter und meine Kunden da und in der Rest der Zeit gehe ich einfach snowboarden und meine Mitarbeiter machen Kohle und es ist geil. Es ist wichtig, dass ich genau das mache, worauf ich Bock habe. Das heißt jetzt auch, wenn mich zum Beispiel meine Mutter anschreibt und sagt, ich habe von dir lang nichts gehört, du bist wieder nur am Arbeiten, dass ich das gar nicht zulasse, diese Kritik, dass ich mich schlecht fühle, weil ich arbeite, weil ich es einfach gerade geil finde. Ja. Und genauso, und das ist eben mega, mega wichtig, wenn du nicht ausgebrannt werden möchtest, genauso, wenn ich diese Off-Zeit habe und sage, ey, ich travel jetzt mal nur für einen Monat und habe eine geile Zeit und gehe ins Restaurant, genauso darf man sich da nicht schlecht fühlen, dass man nicht arbeitet. Ja, 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 guter Punkt. Vice versa, das ist mega wichtig. Ja, ich finde, ich finde das Wichtigste, egal was du machst und wie du es machst und warum du es machst, ist eigentlich so die Frage, wie viel kriegst du eigentlich gerade mit von dem, was du machst. Das heißt, wenn ich jetzt dir so zuhöre, klingt das alles sehr, sehr plausibel und auch gut, wo ich dann mir die Frage immer stelle, ist, wenn du das Steak dann gemacht hast, kannst du es dann auch wirklich 100% genießen oder bist du dann auch immer noch mit AirPods drin und hörst dir was an oder ziehst du dir, das kriegst du noch mit, oder? Essen ist bei mir heilig. Schon, schon, oder? Beim Essen, das ist eben auch wieder was, was ich von dir oft mitbekommen habe. Ja. Beim Essen mache ich nichts. Beim Essen ziehe ich mir Formel 1 rein oder schaue irgendwelche dummen YouTube-Videos. Da sitze ich da, geiles Steak, da freue ich mich jetzt und dann schneide ich in dein ersten Ding rein und dann, geil, so, was ziehe ich mir jetzt rein? Fucking Beckham-Documentary auf Netflix, weißt du? Das sind für mich so 30, 40 Minuten, wo ich einfach sage, ich mache gar nichts. Ja. Außer gerade zu essen und mir irgendwas cooles reinzuziehen. Nice. Danke für das Gespräch, Brother. Ey, danke, dass du dich hattest und sorry fürs viele Ranten hier wieder. Hat Spaß gemacht. Die Leute lieben es. Die Leute lieben es. Die Leute lieben es.